Willkommen zurück zu Let's Play Infamous First Light. Wir haben einen Sprung erlernt in der letzten Folge. Schließen Sie sich die Herausforderung, indem Sie die Geisern retten. Okay, Angriff für den Anmarsch. So, ich will die nur an den Schwachpunkten treffen, okay. So, Kopf und zack. Wir haben die Geisern genug Leben. Können wir die eigentlich auch nachkommen zu besiegen? Äh, scheint so. Finde ich gut. Zack. Geisel. So, Kopf und Arm. Na. So, perfekt. Na komm schon. Dich verprügel ich. Ja, ist denn nichts. Hat da so Neonhände, ja, und dann... Das ist cool. Das ist die Geisel. Ich weiß nicht nur, wow, da unten. Zack. Gucken wir mal. Länges Welle 4 in Anmarsch. Prügeln, ich euch. Einfach mal hier. So, zack. Ich weiß ja nicht, wo unsere Lebens... unsere Zusatzanzeige ist, aber die brauchen wir auch, glaube ich, gerade nicht. Wenn wir mal die Leute hier verprügeln. Was ziemlich cool ist. Ja, richtige fette Laserschüsse. Das ist für mich richtig geil. Na komm schon. Okay, aber die haben genug Gesünder, dass man die Locker alle erwischen kann. Jetzt kommt eine echte Herausforderung. Wir haben das Welle 5. Okay. Zack. Aus dem Maul. Mega nice. Ach, ich liebe diesen Nahkampf. Werde ich nur noch benutzen. So, können wir mal Neon hinziehen? Oh, Geisel. Die ist gerade wichtiger. Äh, dein Arm und deine Hand. So. Noch mit voll Leben. Und das ist wieder 6. Kein Problem. Guck mal, was kann man denn... Uh, sieht cool aus. Also ein paar viele. Weiß nicht, ob ich das so... Oh, man kann einfach so von den Zielen wechseln. Nee, das ist geil. Geisel. Ach, über mir. Scheiße. Oh, Zeitluke. Das war knapp. Ich hatte nur 38 HP. Deine Kontrolle wird besser. Deine Leistung bei dieser Geiselübung war... Akzeptabel. Wir führen hier gut. Die Ergebnisse anderer Konduits werden veröffentlicht, um dich zu reizen und anzuspornen. Ich bin immer offen für weiteres Training. Vielleicht möchtest du sie übertrumpfen? Hm, gerade nicht mehr. Eigentlich mehr das, sorry. Sie haben die Alpha Arena Rettungsmission freigestellt. Pausenmenü. Äh, das Feld links zeigt dir jetzt... Äh, die Jenerzeitverfügung in Curden K Kampf Arena, okay. Das reicht erst mal. Setz dich hin. Ich würde jetzt gerne weiter darüber sprechen, was passiert ist in Seattle. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Zwei Jahre zuvor. Nachdem ich die ganze Nacht die Stadt nach meinem Bruder durchgekämmt hatte, kam ich wieder zu dem, was von unserem Boot noch übrig war. Und da traf ich ihn. Auch er suchte Brent. Entschuldige, Süße. Hey, hast du hier irgendwo einen Kerl mit Eropäischen Schnitt gesehen? Warte, du kennst... Du kennst Brent? Gehörst du zu diesen Russen? Was? Den Akulas? Oh, verdammt, nein. Hey, äh... Heißt das, dass die dahinter stecken? Verdammt. Diese Kerle kidnappen meine Mitarbeiter. Kidnappen... Warte mal! Weißt du, wo er ist? Bringst du mich hin? Mal ganz langsam, Süße. Du solltest dein hübsches Näschen wieder nicht da reinstecken. Ich weiß nicht, was du mit Brent am Laufen hattest, aber... Er ist mein Bruder. Hilf mir. Bruder? Bist... Bist du, Fetch? Ich bin Shane. Shane? Brent hat nie erwähnt, dass seine Schwester so ein heißer Weger ist. Bitte! Wo soll ich suchen? Ist Zeit, hauptsächlich. Danke. Wenn dir noch was einfällt, ruf mich auf Brent's Handy an, okay? Ja, ja, klar. Was immer du sagst, Süße. Aber pass gut auf dich auf, okay? Hm? Der scheint mir nicht ganz so sympathisch. Naja, wir werden sehen, was er noch für eine Rolle spielt. Ich muss die Stadt auf mein wahres Ich vorbereiten. Ich brauche Neon. Jede Menge Neon. Äh... Ob das Neon-Klitz gegeben, machen wir. Oh, nein. Hey, Fetch. Ich hab mal meine Fühler ausgestreckt, aber diese Akulas haben so ein bisschen Finger. Wir müssen der Spur schnell folgen. Okay. Ich bin schon auf der Suche nach Neongas. Haha. Immer langsam, heiß Sporn. Ich schnüffle ja ab und zu auch gern mal ein bisschen Gas. Aber das ist pecklich. Es ist ein Trick, den ich aus Jersey kenne. Mit dem Gas kann ich irrsinnig schnell rennen. Ist das wahr? Tja, da muss ich dir wohl glauben, Conrad. Welchen kleinen Gehaltnis hast du denn noch so? Tut mir leid, Shane. Ich muss los. So, entziehen und Neon-Energie freisetzen. Okay. Na los, spuck's schon aus. Ich brauche das ganze Schild. Hui. Okay, du faules Neongas. Dann mach dich mal nützlich. Was hat das jetzt genau gebracht? Sammeln sie Neon-Bloomen, um Fertigkeitspunkte zu gewinnen. Das Ding hier. Okay, also sie kann anstatt mit Scherben wie... Anstatt mit Scherben wie Delsin benutzt sie... Neon-Bloomen. Neon-Bloomen. Oh, ein großes. Und es bewegt sich. Sieht nach nem Rennen aus. Hattest du etwas mit dieser Lichter-Show an den Niedeln zu tun? Ich hab doch gesagt, ich brauche... Ach, ich muss los. Okay. Äh, spüren sie mir kreisende Neon-Bloomen. Okay. Mach mich schneller als ein Blitz. Du leckerer Neon-Riese. Dich schlucke ich im Ganzen. Interessant. Wow. Wow. Haha. Haha, das hat mir gefehlt. Das nenn ich schnell. Komm her, dicker. Oh ja. Yes. Wow. Im Laufen schmecken die viel besser. Hahaha. Äh, so, Loom... Neon-Graffiti. Das klingt interessant. Das ist ein Rennen. Ja, schließen Sie mit der... Äh, um die SP zu bekommen. Alles klar. Okay, also kommen die Akkulasse zu mir. Wo ist Brent? Spricht keiner von euch unsere Sprache? Mann. An dem sie Gegner besiegen, bauen sie Energie für einen Spezialangriff auf. Okay. Nice. Katz in den Schwarz-Weiß vielleicht so schlecht bin. Los geht's. So, was kommt jetzt? Ach du meinst, wo sind das viele? Sobald sie genug Gegner besichern, können sie eine Neon-Singularität... Oh, das klingt interessant. So sehr schön. No, we got me. Wow. Wow. Oh mein Gott. Okay, Neon ist meine neue Lieblingskraft. Befreie das Neon-Mission abgeschlossen. Ey, geil. Liebe dieses DLC. Let's see. Mensch, Schätzchen, meine Fühler haben gerade etwas sehr interessantes Befehl. Oh Mann. Also, die Akkulasse erwarten in Kürze ein Arsenal von Waffen. Du hilfst mir, sie zu stehlen und in jeder als eine Stunde schicke ich wirklich bewaffnete Männer auf. Super Fred. Toll, danke. Und lass das mit diesen Fühlern. Schon geschnallt. Widerlich, du stehst drauf. Lassen wir es hinter uns. Also wirklich? Du musst wissen, dass manche Frauen nicht um diese Stimme gehen. Klar, für genug Geld. Triff mich einfach in der Gassel in der Gnässe. Schlau und schlägst uns auf aufreißen. Au revoir. Also bald habe ich nicht darauf nicht zugehört, was sie gesagt haben. Egal. Man kann leider nicht wieder hoch bis... Nicht zur Space Needle und war hier nicht mal ein Dinosaurier oder so? Da drüben ist noch ein Dinosaurier. Ah, jetzt sind diese Wolken hier, weil die Dinosaurier schneller werden. Und da drüben war ein Neon Graffiti, was ich unbedingt jetzt mal... Da drüben. Neon, aber durch die Geschwindigkeitswolke. Boah, sind wir schnell. Das ist geil. Das ist richtig cool. Dauernd Neon Graffiti. Das ist cool. So, können wir da selber auch wieder irgendwas mitmachen? Wir haben den Controller und halten sie als 2Gedockt. Neon Graffiti. So sehr ihr euch auch bemüht. Mich kriegt ihr nicht klein. Das ist cool. Auch noch in verschiedenen Farben. Das gefällt mir. Alter, so kommt man echt schnell durch die Stadt, wenn diese Dinger überall sind. Oh, da ist noch so ein Loom. Das holen wir uns. Nice. Loom besammelt. 11 SP. Können wir uns da Upgrades. Neon Kapazität. Halten sie für einen Hagel Neon Blitz. Das ist cool. Durch Kreis in der Luft. Springt Fetch nach vorn. Okay. Nahkampf. Wenn ein Gegner in Reichweite ist, sprinten sie... Äh, ne, doch. Sprinten sie mit Dreieck auf den... Okay. Ist auch cool. Verbeserter Fokus. Ich will mal den Nahkampf. Ach, das ist auch noch mit... Okay, das ist... Na gut. Und den Hagel will ich auch haben. Äh, okay, wir haben... Okay. Schade, ich dachte, das bleibt bei so einem... Einfachen Glitz. Trotzdem, wenn man nur einmal drückt. Aber irgendwie nicht. Und... Finde ich... Aber noch unser... Dings haben. Da ist irgendwo ein Loom. Direkt bei mir. Da in der Luft. Ach, meine Güte, die sind ja... Ähnlich gut versteckt. Aber die sind... In der Höhe her... In der Höhe her versteckt. So. Wo haben wir das Ding? Ach, noch weiter oben. Na dann. Warte, können wir hier... Perfekt. So. Ups, nein. Ich wollte die Kräfte haben. So. Mehr Kapazität. Das müssen fliegen hatte ich jetzt noch nicht gemacht. Okay. Dann machen wir uns... Ah, da ist noch ein Loom. Irgendwo. Hier. Wieder direkt in der Luft, ey. Das wird, glaube ich, noch ziemlich... Nervig. Egal. Ups. Da. So, auf zur nächsten Mission. Alter, damit kommen wir ja tausendmal schneller von A nach B. Tut mir leid, der ist hin. Aber falsch hat dich abgelöst. Was das hier angeht. Wo ist noch so ein Ding? Lumen, Lumen, Lumen. Wahrscheinlich wäre er direkt über mir irgendwo in der Luft. Warum sind die Dinge alle in der Luft? Ist ja unglaublich. Da oben. Guckt man da so dran? Ups. Natürlich nicht. Aber mit dem Neonsprung... Guckt man da ganz bestimmt dran. Na gut. Dann laufen wir weit. Ups. Ups. Da, ich will jetzt nicht jedes von den Dingern einsammeln. Das mache ich dann vielleicht mal auf Screen. Wenn ich dann Lust dazu habe. Aber jetzt erst mal... Miau. So. Äh, da irgendwo hier ist die Mission. Hier? Nicht? Da unten? Da unten. Zack. Stehlen vom Feind. Ja, das machen wir aber auch erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und Tschüss.